Umgang mit Menschen will gelernt sein. Umgang mit Menschen musst du auch lernen wollen. Jeder Mensch ist etwas anders und es ist wichtig, das auch zu verstehen. Umgang mit Menschen heißt auch, geschickt zu kommunizieren. Umgang mit Menschen heißt, sich geschickt auszudrücken. Umgang mit Menschen heißt auch, dass du auf die Bedürfnisse und Wünsche der anderen eingehen willst. Du solltest nicht Umgang mit Menschen lernen wollen, um sie zu manipulieren und zu egoistischen Zwecken zu missbrauchen. Lerne Umgang mit Menschen, um mit anderen besser zusammenarbeiten zu können, um Liebe zu spüren, um nicht so schnell wegen Missverständnissen in Ärger zu kommen oder Enttäuschung. Umgang mit Menschen zu lernen hilft es, mehr Liebe zu haben und gemeinsam Gutes zu bewirken.